und wenn jetzt eigentlich gar nicht mal passiert muss ich mal ehrlich zugesteht als es jetzt nichts atemberaubendes weltbewegen das passiert wo ich sagen würde so etwas nicht ihr unbedingt wissen aber so irgendwas ich weiß nicht worüber ich noch reden könnte mir fällt einfach jetzt gerade momentan kein Thema ein das ist echt Arsch das ist echt Arsch aber richtig Arsch so also ich finde der Boden sieht geil aus vielleicht hätte ich das mit Slaps machen müssen würde vielleicht auch geil aussehen oh ja so zack so siehts aus hier wird ein Glas würde ich sagen es ist ja 3 hoch ich muss wie so nochmal eins kaputt machen ähm weil da wo Dirt ist kommt halt natürlich der Deckel und da wo kein Dirt ist kommt Glas ich werde auch keine 3er hoch haben 3er höher 3er höher 3er höher 3er ist besser als 2er merkt euch das oh mein Gott das hat sich wie er so doppeldeutsch an gehört 3er ist immer besser als 2er ach du scheiße die wo auch wir sinken wir sinken wir sinken so 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 ja zack so 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 ja zack so so und ich merke langsam es geht mir selber auf zack falls es diesmal keine Sounds gibt äh will ich mich gerne entschuldigen ich weiß es jetzt nicht im Voraus weil äh manchmal spack da drum mit dem Sound von Minecraft bei mir und manchmal nicht und äh ich weiß es nicht ob da drum spack tut ob da drum spacken tut oder nicht ne weil es sich nun immer schnell da tut man ob dabei aber leid oh da tut mir so leid sag ich alter das sind ja mal mega oh fuck warte oh alter oh alter so aus zu gestern oh fuck so was puh mega brainfaktor die hier so 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 1, 2 1, 2 1, 2 Perfekt So, die machen wir auch 1, 2, 3 Zack, zack 1, 2, 3 Zack, zack 2, 3 Zack Ja, geht, ne? Geht klar, geht klar, würde ich sagen Gehen wir mal jetzt mal schmörlzen Schmörlzen, ja? Hast du gesagt Ja, Sigi So, nehmen wir einmal Zweimal, dreimal Mal sehen 8 Rinn mit dir Zack und rinn mit dir Ups Zack und rinn mit dir Und hier Und hier Machen wir es Genau Gleiche Zack und rinn mit dir Fertig 3 Öfen Voll belegt Brauchen wir nicht Brauchen wir nicht Brauchen wir nicht Brauchen wir nicht Das auch nicht Genau Das wird Genauso wenig wie das Jo, wie sieht's hier aus Mit den Beiden Sieht gut aus Das ist ja auch gut aus Das ist ja noch alles in Arbeit Ich sag's euch, ey Das wird so geil aussehen Wenn wir fertig sind Mit dem Haus Ja Ich muss ihm mal eine gute Kamera besorgen Für unterwegs Könnt ihr mir vielleicht Irgendeine gute Kamera für unterwegs zu empfehlen Schreibt sie mir mal bitte unten in die Kommentare Weil Ich mache momentan in letzter Zeit sehr viele Trips Unterwegs und so Da könnte ich ja einige Videos machen Also So ist das ja nicht Aber Leider habe ich momentan Keine gute Kamera zur Verfügung Deswegen kann ich das auch nicht machen Ey, dieses Warten Das geht ja immer auch irgendwann mal auf den Sack, ne You can only sleep at night What the hell Hello It's a raining man Hallelujah Wett doch mal endlich Nacht Voll krass Ja Ich weiß nicht, was ich machen soll Ich kann ja mal Kurz was einspielen Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hören wird Weil ich warte jetzt sowieso noch kurz Ich warte jetzt, bis es fertig ist Ich kann das ja mal einspielen Mal gucken, ob man das hören wird Ich versuch's mal gleich kurz mit dem Media Player Ja Wenn das funktioniert Alter Halt die Schnauze da Wenn das funktionieren wird, wird's geil Wenn werdet ihr schon mal so hören, was so abgeht, in dem 100 Abonnenten Spech Und so Da Music Ach, rutsch die Schnauze So Ach, genau siehst du die Titel wollte ich noch nennen Ah, ja, siehst du, siehst du Aber erst mal weiß ich das mit dem Lied Ähm Ja Ja Falls man das hört Das ist der Beat Mit dem Rap Viele Leute lachen über dicke Wampen Doch das sind Lol Jetzt ist der Sound mal richtig hart im Arsch gegessen gerade Och du Kacke Die Menschen, die die Wahrheit nicht erkannten Denn es ist eine Gabe, eine Wampen zu tragen Denn nicht jeder auf der Welt kann auch so eine haben Ihr könnt mich erfragen, wie es sich lebt Wenn man durch die Welt eine dicke Bauchwampfe trägt Ja, es lebt sich prächtig wie die Mate im Speck Ist der Bauchkugel und ist die Lage perfekt So, das war jetzt die Einführung von dem Rap Was kommen wird Ja Bei 100 Abundant Special Wenn ich es hinkriege und mein Gehirn endlich auch mal anfängt zu arbeiten Ähm, habe ich sogar dann schon ein Gewinnspiel bis zum 100 Abundant Special ausgedacht Wie ich das machen werde Äh, das werdet ihr dann auf jeden Fall extra alles erfahren Ähm, wie, was, wo und, äh, wie viel und was und ja Ich glaube, was habe ich schon gesagt gehabt, oder? Ja Ja Ja, ich glaube schon Was haltet ihr eigentlich davon so, dass jetzt in Deutschland, äh, dafür gestimmt wird Ja, dafür, dass es gestimmt wird, äh, dass man Coffeeshops aufmacht Was haltet ihr davon? Das würde mich jetzt mal so echt interessieren Wie eure Meinung zu dem Thema Coffeeshops in Deutschland ist Falls das, äh, egal, ja Auf jeden Fall, äh, würde mich echt mal interessieren, was eure Meinung dazu ist Ähm, was wollte ich jetzt noch machen? Genau, Origin wollte ich jetzt noch mal nachgucken Äh, und zwar diese Spielchen Diese zwei, die ich mir da ausgesucht hab Die ich mir da gedownloadet hab Könnt sein, dass es jetzt kurz Äh, ne, ne, ist alles okay Okay Ähm, ja, Star Wars Battlefront, Alter Ich freu mich da eigentlich schon übertrieben drauf Ich werd zwar jetzt nicht mit meinem Konto zocken Äh, aber ich werd's auf jeden Fall mal anzocken Da könnt ihr sicher sein Äh, ja, genau Einmal, äh, hab ich ja Das Spiel Summers Revenge getestet Völlig star Bullshit Das andere Was ich auch mal getestet hab Das ist Wing Commander 3 Absoluter Bullshit Ich würd sogar, wenn ich mal Pete Smith zitieren sollte Neun Sterne sogar noch schlechter als Wolf Team Millionen mal schlechter Wirklich Wenn ich's Wenn ich die jetzt mal so, äh, am Rande natürlich Äh, einfüge so Weißt du, schlechter Ey, wirklich ohne Scheiß ist es richtig miserables Game Ähm, dann haben wir noch Äh, Syndicate Da, also das Bild Da kannst du nicht so viel Schlüsse draus ziehen Aber es sieht interessant aus Ich freu mich auf jeden Fall mal gucken Was das für ein Spiel ist Ob es Strategie ist Oder Action oder whatever Äh, da bin ich sehr gespannt drauf Oder, dann hab ich noch Per Game Ultima Ist das ne 7 oder ne 5? Ne, ist ne sein 8 8 glaub ich Warte, 4 5, 6 Ne, das ist, äh, Ultima 7 Glaub schon Boah ja, ich kenn mich mit den römischen Zahlen nicht so aus Tut mir leid Ne, Ultima 8 Gold Edition Sag ich doch Äh, da bin ich auch sehr gespannt drauf Was das ist Äh, wird auf jeden Fall auch angezockt Äh, ja Sonst hab ich nichts Interessantes noch Ja doch, Dragon Age Origins Habe ich noch nicht gespielt Müsste ich mal einmal anzocken Um zu testen, so Ähm, ja Die restlichen Spiele sind halt Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield Hardline Titanfall Und, ähm Sims 4 Das hab ich aber noch nicht Ich wollt's mir kaufen, hab mich dann aber umentschieden Aber das ist trotzdem hier in meiner In meine Spiele Ähm SimCity Fand ich jetzt nicht so Den Burner FIFA 15 war Scheiße, find ich Meines Erachtens Äh, Dragon Age Inquis- Inquisition Wollte ich mir auch noch anzucken, aber Ich weiß nicht Ich bin mir da noch unentschlossen Also Ich hab ja Dragon Age noch nicht gespielt Also kann ich das noch nicht beurteilen Aber der Trailer war Alter Schwede Der war Der hat's auf jeden Fall in sich gehabt Der Trailer Ja, super geil mein Hallo Ja Äh Geil Ah, jetzt Hm Da hat er sich mal aufgehangen Das ist natürlich nicht so schön, wenn du dich aufhängst Ring dich auf Schlampe Äh, was, 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 was Ich hab nichts gesehen, was ist das? Ich hab nichts gesagt Nö Ich hab nichts gesagt Tch